Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Prophet Elia ist müde, sehr müde. Er ist gelaufen, gerannt, geflohen vor seinen Verfolgern. Sie trachten ihm nach dem Leben. Mehr als 40 Tage ist er schon unterwegs. Durch die Wüste ist er gegangen, ganz allein. Nun ist er am Berg Horeb angekommen und verkriecht sich dort in einer Höhle. Nacht ist es geworden, dunkel ist es, außen und innen. Da erklingt eine Frage in Elia. Was machst du hier? Ja, denkt Elia sich. Was mache ich hier eigentlich? Was habe ich bis jetzt gemacht und was soll ich jetzt weiterhin tun? Alles habe ich für Gott gegeben, alles, was ich hatte. Jetzt bin ich leer. Die anderen Propheten sind tot. Der Letzte, der übrig ist, bin ich, ganz allein. Aber nein, Elia, du bist nicht allein. Ich bin der Herr, dein Gott und ich bin da. Komm heraus, tritt auf den Berg, dort möchte ich dir begegnen. Elia rafft sich auf und geht zum Eingang. Und Gott geht vorüber. Ein großer, starker Sturm, der die Berge zerreißt und die Felsen zerbricht, zieht vor Gott her. Gott aber ist nicht im Sturm. Nach dem Sturm kommt ein Erdbeben. Aber Gott ist nicht im Feuer. Nach dem Feuer kommt ein stilles, sanftes Sausen. Ein stilles, sanftes Sausen? Wie der Klang eines schwebenden Schweigens. Wie der Ton eines leisen Wehens. Wie die flirrende Luft in der Sommerhitze, die man sehen kann und gleichzeitig zu hören meint. So hört Elia Gottes Stimme. Elia verhüllt sein Gesicht mit seinem Mantel und tritt aus der Höhle hinaus. Und Gott spricht zu ihm. Geh deinen Weg weiter. Nicht im Lärm, nicht im gewaltigen Getöse, nicht in dem, was um uns herum flackert und blinkt, ist Gott zu finden. Die Stille ist es, die eine Begegnung mit Gott möglich macht. Der derzeit erzwungenen Stillstand, in dem das äußere Flackern und Tosen gestoppt ist, ist eine Chance für uns. Eine Chance, Gottes leise Stimme wahrzunehmen. Seine Stimme reicht weit, sogar bis in die dunkelste und tiefste Höhle hinein. Sie können gewiss sein. Er wartet auf uns. Er möchte, dass wir ihm begegnen. Gott ist da. Die Stimme ist da. Vielen Dank.